Kerstin Gier, die Mütter-Mafia, gelesen von Mirja Bös. Willkommen auf der Homepage der Mütter-Society Insektensiedlung. Wir sind ein Netzwerk fröhlicher, aufgeschlossener und toleranter Frauen, die alle eins gemeinsam haben, den Spaß am Muttersein. Ob Karrierefrau oder nur Hausfrau, hier tauschen wir uns über relevante Themen der modernen Frau und Mutter aus und unterstützen uns gegenseitig liebevoll. Zugang zum Forum nur für Mitglieder. 22. Januar Wie versprochen, hier mein Rezept für den vielgelobten, schnellen Apfelkuchen von unserem letzten Clubnachmittag. Das Rezept hat meine Mutti noch von ihrer Mutti. Einen Teig aus 250 Gramm Butter, 180 Gramm Zucker, drei Eiern, etwas Vollmilch, 600 Gramm Mehl und einem Päckchen Backpulver zusammenrühren, die Masse in eine Springform füllen, klein geschnittene Äpfel darauf verteilen und eindrücken, das Ganze im Ofen bei 180 Grad eine Stunde backen, fertig. Zur Erinnerung, Dienstag kommender Woche beginnt mein Kurs Knüpfen mit Kleinkindern im Familienbildungswerk. Wir wollen einen Wäschesack knüpfen, den man im Badezimmer von der Decke hängen lassen kann. Das spart viel Platz und sieht schön aus. Mami Gitti 22. Januar Nichts für ungut, Gitti, aber keiner, der auf seine Linie achtet, würde diese Fett- und Zuckerbombe nachbacken. Was den selbstgeknüpften Wäschesack angeht, mein Mann würde Zustände bekommen, wenn wir so ein Teil in unser Designerbad hängen würden. Ich hätte aber sowieso keine Zeit gehabt. Muss Schluss machen, habe morgen wichtiges Meeting, danach zwei Tage Tagung in Berlin, muss noch vorkochen, Beine epilieren und Koffer packen. Sabine Julius und ich fuhren erster Klasse im ICE von Hamburg nach Köln. Weil nämlich der Spartarif erster Klasse billiger war als der Normaltarif zweiter Klasse, was ich zwar nicht verstand, aber ich war noch nie gut im Rechnen. Außerdem soll man nehmen, was man kriegen kann, wie meine Mutter immer sagt. Allerdings hatten wir keine Platzreservierung und die einzigen nebeneinanderliegenden nicht reservierten Plätze lagen mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Statt auf den eingebauten Bildschirm in der Rückenlehne des Vordersitzes schauten wir in die Gesichter von Herrn und Frau Meier mit Y aus Overbach bei Frankfurt, Ei, der Klee ist aber süß, wie alt ist'n der, die ebenfalls in Hamburg eingestiegen waren und aus einem unerschöpflichen Vorrat Salamistullen verzehrten. Beides, Salamigeruch und verkehrte Sitzpositionen, verursachten Übelkeit bei mir. Und Julius hatte das wohl von mir geerbt, wie wir nun feststellen konnten. Kurz vor Bielefeld erbrach er sich ohne Vorankündigung über den Tisch, der uns vom Ehepaar Meier trennte. Kommt noch mehr? fragte ich Julius, während ich hektisch unsere Papiertaschentücher auffaltete und gar nicht wusste, wo ich mit dem Aufwischen beginnen sollte. Glaube nicht. Herr Meier entfernte sich diskret, während Frau Meier rührig aufsprang und aus ihrem Gepäck eine Packung Feuchttücher hervorzauberte. Mit den Tüchern wurde alles ganz schnell wieder sauber. Ich entschuldigte und bedankte mich ungefähr tausendmal. Das muss Ihnen doch nicht peinlich sein, Kindze, versicherte Frau Meier und streichelte Julius über den Kopf. So singen Kinder nun mal. Die haben's offen mit dem Mage. Da muss man durch. Das ist so ein lieber kleiner Kerl, gell? So vernünftig für seine vier Jahre. Und Sie sind eine ganz sympathische, patente junge Mutti. Wirklich. Es war lange her, dass jemand so etwas Nettes zu mir gesagt hatte. Leider mussten wir in Köln Hauptbahnhof aussteigen und sahen die Meiers nie wieder. Ich zerrte unsere Koffer und Julius auf den Bahnsteig und kollidierte dabei mit einem ca. 1,90 m großen himmelblauen Hasen mit einer Bierfahne. Noch während ich mir vor Schreck ans Herz griff, rülpste der Hase ein Hoppla und hoppelte weiter. Jetzt erst sah ich, dass er einer ganzen Gruppe pastellfarbener Nagetiere angehörte, die voller Begeisterung um die Abfalleimer herumhopsten und dabei »Bier her, Bier her« sangen. Es war Karneval in Köln. An einem Karnevalssonntag nach Köln zu kommen, nachdem man sieben Wochen auf der winterlich verschlafenen Watteninsel Pellworm verbracht hat, ist in etwa so, wie mit einem Raumschiff auf einem fremden Planeten zu landen. Ich sah mich nach Lorenz um, meinem zukünftigen Ex-Mann, dem Vater meiner Kinder. Aber von Lorenz war keine Spur zu sehen, obwohl ich ihm die Ankunftszeit mehrmals telefonisch durchgegeben hatte. Ich hatte auch nicht wirklich mit seinem Erscheinen gerechnet. Seit das Scheidungsverfahren lief, fühlte er sich in keiner Weise mehr für mich verantwortlich und das bedeutete in diesem Fall wohl, dass wir die S-Bahn nehmen mussten. Ich griff fester nach Julius' Hand und bahnte mir einen Weg durch das Getümmel. Mir ist schlecht. Alarmiert ließ ich den Koffer fallen und schubste einen langhaarigen Vampir vom nächsten Abfallbehälter. Ich musste Julius hochheben, damit er in die Öffnung spucken konnte, und der Vampir machte mich zu spät darauf aufmerksam, dass es sich hier nicht um Restmüll, sondern um Papiermüll handelte. Julius spuckte. »Helau!« Langsam machte ich mir Sorgen. Möglicherweise hatte Julius doch nicht nur meine Reaktion auf Rückwärtsfahrten und Salamigeruch geerbt, sondern einen Magen-Darm-Infekt erwischt. Er gehörte sicherheitshalber mit einer Womax ins Bett. Ich studierte den Fahrplan. In sieben Minuten kam unsere S-Bahn. Das war zu überleben. Ein Rentner mit einem gelb getupften Hütchen auf der Glatze rempelte mir seinen Ellenbogen in die Rippen und sagte unfreundlich, »Gleis 10, Gisela, und damit basta. Wie oft willst du denn noch nachgucken?« Mittlerweile war meine Stimmung auch ziemlich gereizt. Ich rempelte dem Rentner meinerseits den Ellenbogen in den Bierbauch und erwiderte, »Auch wenn du mir die Rippen brichst, Karl-Heinz, ich nehme den Zug von Gleis 11.« Der Rentner starrte mich verwundert an. Hinter ihm stand eine sehr dicke, kleine Frau um die 70, verkleidet mit einer Lametta-Perücke und einer pinkfarbenen Herzbrille. »Gisela«, wie ich annahm. »Hier bin ich, Heinrich!« Sie klopfte dem Rentner auf die Schulter. »Heinrich.« »Da hatte ich mit Karl-Heinz gar nicht so falsch gelegen.« Heinrich schaute eine Weile zwischen mir und Lametta-Gisela hin und her und kratzte sich an seinem Jeckenhütchen. »Ich hab euch eben verwechselt. Das kann ja mal passieren, oder nicht?« Die S-Bahn fuhr ein und öffnete seufzend ihre Türen. »Mir ist schlecht.« Leider konnte Heinrich nicht mehr rechtzeitig beiseite springen. »Das kann ja mal passieren.« Wir wohnten im ersten Stock eines raffiniert sanierten Altbaus. Lorenz und ich hatten die Wohnung gekauft, als Lorenz vor zehn Jahren zum Staatsanwalt berufen worden war. Das heißt, Lorenz hatte sie gekauft. Ich war nur mit eingezogen. Lorenz war sieben Jahre älter als ich. Als wir uns kennengelernt hatten, war ich gerade mal zwanzig gewesen, im zweiten Semester meines Psychologiestudiums und immer noch völlig verloren in der großen Stadt. Vor allem das Straßenbahn- und U-Bahn-Netz war mir nicht geheuer. Seit ich auf dem Weg zu der Lerngruppe bei einer Kommilitonin, die nur zwei Bahnstationen entfernt wohnte, verloren gegangen und ohne Brieftasche in einem geheimnisvollen Ort namens Zülpig-Öpenich gelandet war, fuhr ich nur noch mit dem Fahrrad, egal wie weit es auch sein mochte. Im Fahrradfahren war ich gut. Ich bin auf der Nordseeinsel Pellworm aufgewachsen. Meine Eltern haben dort einen Bauernhof, überwiegend Milchkühe. Eigentlich hätte ich ein Junge werden und den Hof später übernehmen sollen. Mit Mädchen können meine Eltern bis heute nichts anfangen. Dass die ZVS mich damals ausgerechnet nach Köln geschickt hatte, hat meinen Eltern aber auch nicht gefallen. Sie meinten, ich wäre noch nicht reif für die Großstadt. Leider hatten sie recht. Ich hatte es schwer, mich in Köln einzuleben. Ich sah sehr friesisch aus, groß, hellblond und schlachsig, mit überproportional großen Füßen und Händen. Ich trug eine Nickelbrille, kaute Fingernägel und stotterte, wenn ich aufgeregt war. Um kleiner zu wirken, ließ ich meine Schultern nach vorne fallen und aus demselben Grund hatte ich mir einen schlurfenen Gang angewöhnt. Um den Neuanfang und meinen Erwachsenenstatus zu demonstrieren, hatte ich in Köln gleich als erstes einen Friseur aufgesucht, der meinen meterlangen Zopf abgeschnitten und mir eine pfiffige Kurzhaarfrisur verpasst hatte. Aber die Frisur war nicht pfiffig. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es überhaupt eine Frisur war. Immerhin war sie unauffällig und schmucklos und passte so hervorragend zu meinen vorwiegend in grau und dunkelblau gehaltenen Klamotten. Ich trug meistens Jeans zu sackähnlichen Oberteilen, bequeme Gesundheitstreter und kein Make-up. Mit diesem Outfit fiel ich im Psychologie-Seminar auch kein bisschen aus dem Rahmen. Um mein Zugehörigkeitsgefühl noch mehr zu stärken, unterhielt ich ein unglückliches Liebesverhältnis mit einem der Jungs aus meiner WG, Jan Kröllmann. Aus falscher Scham hatte ich Jan nicht verraten, dass er der Erste für mich gewesen war, was wiederum keine gute Basis für unsere Beziehung darstellte. Ich war so verschüchtert und verklemmt, dass Jan mich nur nackt sehen durfte, wenn es stockdunkel im Raum war. Also gar nicht. Er betrug mich auch recht bald mit der Freundin einer anderen Mitbewohnerin, die, wie er sagte, das bequemere Bett hatte. Da die beiden es aber nicht nur im Bett miteinander trieben, sondern auch auf dem Teppich im Flur, in der Badewanne und auf dem Küchentisch, vermutete ich ganz stark, dass sie außer dem Bett auch noch andere Vorteile mir gegenüber hatte. Ich war kurz davor, mein Studium hinzuschmeißen und zurück nach Pellworm zu gehen, um dort bis an mein Lebensende Kühe zu melken. Glücklicherweise lernte ich genau zu diesem Zeitpunkt Lorenz kennen und überdachte die Sache noch einmal. Ich überfuhr Lorenz ganz romantisch mit meinem Fahrrad. Er stand mitten auf dem Radweg. Bis zum letzten Augenblick dachte ich, er würde zur Seite springen, denn ich klingelte wie verrückt und machte scheuchende Handbewegungen. Aber Lorenz war so sehr in seine Akten vertieft, dass er mich weder hörte noch sah. Ich wich im letzten Augenblick auf den Gehweg aus, aber dort kam mir ein anderer Radfahrer entgegen, der Lorenz ebenfalls hatte ausweichen wollen. Wir kollidierten alle drei. Es war ein Wunder, dass sich niemand ernstlich verletzt hatte, von den Schürfwunden, die ich davon trug, mal abgesehen. Lorenz sah freundlicherweise fast sofort ein, dass er an dem Unfall die Hauptschuld trug. Er wartete, bis der andere Radfahrer fluchend weitergefahren war, dann lud er mich zum Essen ein. Heute denke ich, dass es purer Zufall war, dass er mich eingeladen hat. Wäre der andere Radfahrer eine Frau und besser aussehend gewesen als ich, dann wäre Lorenz vermutlich heute mit ihr verheiratet. Er hatte damals nämlich beschlossen, dass es nun Zeit sei, sich ernsthaft zu binden. Er war ein aufstrebender, junger Rechtsreferendar mit genau definierten Zukunftsplänen und mir kam er vor wie ein Geschenk vom lieben Gott. Unter seiner Regie musterte ich meine sackähnlichen Oberteile aus, kaufte mir eng anliegende T-Shirts, fand Gefallen an Pöms in Schuhgröße 41,5 und tauschte schließlich sogar die Nickelbrille gegen farbige Kontaktlinsen. Derart verwandelt stellte mich Lorenz ganz stolz zuerst seinen Freunden und dann seiner Mutter vor. Dass er mich der Öffentlichkeit erst nach meiner Typveränderung präsentierte, hätte mich misstrauisch stimmen müssen, aber ich war verliebt. Endlich mal ein Mann, der wusste, was er wollte. Mich. Ich konnte gar nicht schnell genug bei Lorenz einziehen. Fast genauso beeilte ich mich damit, schwanger zu werden. Das allerdings war keine Absicht. Immerhin. Als Lorenz von der Schwangerschaft erfuhr, machte er mir einen Heiratsantrag. Und als meine Eltern von dem Heiratsantrag hörten, luden sie uns beide nach Pellworm ein, um die Auswahl des Kinderwagenmodells zu diskutieren. Ungefähr acht Monate später wurde unsere Tochter Nelly geboren, später Julius, und für 14 Jahre war alles in bester Ordnung. Ich hatte das Studium an den Nagel gehängt, meine Kinder großgezogen und mich bemüht, mein Leben mit den richtigen Dingen auszufüllen. Den richtigen Büchern zum richtigen Party-Small-Talk, den richtigen Schuhen zum richtigen Kleid, den richtigen Urlaubsziel mit den richtigen Freunden, den richtigen Gerichten zum richtigen Anlass und dem richtigen Umgang mit der richtigen Putzfrau. Von allen Dingen war Letzteres am schwierigsten für mich gewesen. Es hatte ein paar Jahre gedauert, bis ich kapiert hatte, dass es nicht sinnvoll ist, mit der Frau, die den Dreck für einen wegmacht, befreundet sein zu wollen. Frau Klappko, die erste Zugehfrau, mit der ich mich nicht duzte, putzte, bügelte und staubsaugte nun schon seit fünf Jahren für uns und dank ihr sah unsere Wohnung immer so sauber und aufgeräumt aus, wie für ein Einrichtungsmagazin fotografiert. Bei uns lief also alles richtig. Bis mein Mann vor vier Monaten plötzlich und unerwartet die Scheidung verlangt hatte. Der Abend hatte wie so viele andere begonnen. Lorenz hatte Überstunden gemacht, ich hatte die Kinder ohne ihn ins Bett gebracht, ihm dann sein Abendessen aufgewärmt und bei einem Glas Rotwein mit ihm über den Tag geplaudert. Und mittendrin hatte er ohne weitere Einleitung verkündet, Conny, ich möchte, dass wir uns scheiden lassen. Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre vom Stuhl gerutscht. Fassungslos starrte ich ihn an und überlegte, welchen Teil des Films ich wohl verpasst hatte. Hallo? Hört mich jemand? Währenddessen unterbreitete mir Lorenz seine Pläne, mein und sein weiteres Leben betreffend. Selbstverständlich bleiben die Kinder bei dir. Dafür behalte ich die Wohnung, allein schon wegen der Nähe zum Gericht. Ulfi wird den ganzen Finanzkram für uns regeln. Darüber müssen wir uns nicht den Kopf zerbrechen. Aber ich dachte, dass es schön wäre... wird den ganzen Tag erwähnt, dass es nicht den Kopf